Liebe Mitbürger, ich komme gerade aus der Pressekonferenz, in denen diese zwei Zusatzgutachten über DITIB vorgestellt werden. Dazu sind drei Dinge zu sagen. Erstens, die Gutachter stellen fest, dass DITIB teilweise in starker Abhängigkeit vom türkischen Staat agiert. Das haben wir schon im Juli 2016 gesagt. DITIB ist eigentlich im starken Maße fast vollumfänglich abhängig vom türkischen Staat und damit von Erdogan. Wir haben die Diskussion damals ins Rollen gebracht. Wir haben eine große Anfrage gestellt und die große Anfrage hat ergeben, dass die Landesregierung nur einen Verhandlungstag mit DITIB hatte, mit DITIB Rheinland-Pfalz. Wesentliche Themen wurden ausgeklammert, eben zum Beispiel auch die Abhängigkeit dieser Organisation von Dianet, der türkischen Religionsbehörde und damit vom türkischen Staat, die nach Deutschland und Rheinland-Pfalz entsandten. DITIB-Imame sind türkische Staatsbeamte. Daraus ergibt sich diese starke Abhängigkeit insbesondere. Dass die Landesregierung blauäugig und naiv verhandelt hat, ist die eine Sache. Immerhin ist sie heute zum Entschluss gekommen, die Verhandlungen mit DITIB nicht wieder aufzunehmen, sie auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Das ist ein Teilerfolg unserer Fraktion. Wie gesagt, wir haben schon im Sommer 2016 darauf hingewiesen, dass DITIB eine Gefahr darstellt. Aber eben nur ein Teilerfolg. Wir wollen, dass die Verhandlungen mit dieser verfassungsfeindlichen Organisation, die in starker Abhängigkeit zum türkischen Staat agiert, endgültig eingestellt werden. DITIB ist kein Verhandlungspartner. DITIB ist ein Fall für den Verfassungsschutz. Und wir wollen diese türkische Organisation, die einen Staat im Staate hier errichten will, wollen wir nicht dulden. AfD wirkt.